Okay. Leon! Ich bin dafür, dass du da oben bleibst. Bleib lieber da oben. Hier geht auf jeden Fall gleich was ab. Na gut. Gut gefangen. Das wird gleich bestimmt schlimm hier. Immerhin ein bisschen Pistolmunition. Sehr gut. Pass auf dich auf, ey! Der Lift. Wenn nur diese Wand nicht wäre. Ich hab da grad was gesehen. Womit man die Wand wahrscheinlich wegkriegt. Aber dann geht hier 100 pro die Post ab. Ich will nicht. Na gut. Ist sie cool, ey. Das mach ich. War die früher auch so cool? Ich weiß nicht. Kein Witz. Müssen wir jetzt ballern, während wir hier draufstehen? Nee. Okay. Ich kann nichts machen. Habt ihr sowas heute in der Schule? Klar, Lassdienst für Baggerführer. Fässer. Jetzt müssen wir kämpfen. Woher kann sie das? Scheiße. Ja, es war klar. Es war so klar. Ja, Lian. Ja. Kümmer dich um die. Ja. Sie freuen sich. Oh mein Gott. Warte. Die Baller. Oh. Oh, was? Ashley, pass mal auf, ey. Das ist doch schon mal ganz... Geht doch schon mal ganz gut. Okay. Das hat nichts gebracht. Schade. Hier kann man hoch. Oh, guck mal. Elektroman. Oh, 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 oh. Hören Sie mal. In den Po geschossen. Oh, nee. Oh, nein. Was? Okay, zünd das mal an. Perfekt. Hab ich nicht getroffen. Okay, warte. Was macht der denn da? Oh, ich wollte eigentlich die Magnum nehmen. Okay. Scheiße. Ach so, ich dachte, der wäre hier hochgekommen. Okay, die kommen... Oh, okay, er kommt hier hoch. Scheiße. Okay, komm, ich gönne dir was. Nee, aber dir nicht. Boah, scheiße. Nein, geh hier zur Seite. Runterspringen, runterspringen, runterspringen. Fuck. Mann. Er lebt noch, der Arsch. Ja, 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 ich... Ist okay. Bin schon da. Versuch mich nur nicht mit der Abrissbirne zu treffen. Geil. Oh, versuch mich nicht mit der Abrissbirne zu treffen, hab ich gesagt. Wo sind die denn alle? Da unten, okay. Warum lebst du eigentlich noch? Geht doch. Ist der tot jetzt? Okay. Ich hab keine Muni mehr, ey. Wow, verbraucht. Da liegt Muni, sehr gut. Nein, ich wollte nicht runter. Okay, cool. Egal. Kommt mal hier lang. Hier, hier so. vorbei. Genau, kommt mal alle hier lang. Wartet. Oh, was? Hat der einen Raketenwerfer? Oh, mein Gott. Sorry, ich war grad ein bisschen paralysiert. Ah, scheiße. Mann, nein. Ich kann grad nicht. Oh, ich hab den... Ich hab den... Das Ausweichen bringt gar nichts bei dem Raketenwerfer. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht hab. Oh, guck mal hier. Ist hier noch Muni? Ich brauch Muni, ey. Ja, hervorragend. Nein, nein, nein. Halt alle ab. Oh, meine Güte. Wo sind die denn alle jetzt? Wo seid ihr alle? Stehen die alle dahinter, oder was? Okay, da kommt einer. Ja, Mann. Komm her. Ja, ich brauchst Kondition sparen, Alter. Oh, ich hab Forellen. Fuck. Wo sind denn die anderen? Hier waren doch noch ein paar. Ach, da. Oh, okay. Hier, lauf mal gegen die Abrissbirne von Ashley. Nein, der trifft mich so. Fuck. Die sollen sich mal gegenseitig abschießen. Ah, shit, Ashley. Oh, Mann. Ist er tot? Ja, sehr gut. Und Munition. Nimm's doch. Nimm's. Wer so nett nach nem Arschtritt fragt, sollte ihn bekommen. Warum macht das jetzt, Dude? Kommt da noch mehr? Ich fass es nicht, ey. Leute. Oh, nee. Oh, noch einer. Oh, ich muss runter. Ich muss runter. Ich muss runter. Spring runter. Spring runter, Alter. Boah, was? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Boah, nee. Leute. Ich muss das hier nochmal nutzen. Boah, zwei Raketen-Dinger, ey. Spring, spring. Bevor der schießt, ey. Echt, jetzt? Ja, Ashley, ich bin da. Ist okay. Okay. Ich würde gerne das hier unten. Das wird ja immer mehr. Ich fass das nicht. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Nein, ich wollte nicht runterspringen. Ich will da nicht mit rein springen. Leute. Oh, mein Gott. Ja, das war's noch nicht. Ich muss die alle noch killen hier. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was mache ich denn jetzt gegen die? Ich weiß nicht. Nein, 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 nein Nein! Fuck! Fuck! Boah! Okay, es ist... Es ist... So blöd alles. Echt. Ja, ich hab echt genug. Nein, komm! Lauf, 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 lauf! Den einen noch. Das ist nur noch der eine, oder? Boah, Ashley, pass bloß auf! Komm jetzt hier, lauf hier durch, Junge! Wo ist der? Da ist noch ein Vieh! Oh mein Gott! Hast du das gesehen? Das war so cool! Solltest du zu deinem Beruf machen. Ich... Ich fass das nicht, was hier gerade passiert ist. Und ich fass nicht, wie schlecht ich war. Oh mein Gott! Ich hab das Gefühl, ich werd immer schlechter in diesem Spiel. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab alles leer geballert. Boah! Boah! Ich hätt' einfach überall diese Minendinger hin... Da hätt' ich das endlich mal genutzt! Hätt' einfach überall Minen hinsetzen sollen. Hätt' ich das gewusst, ey! Muss hier alles noch looten. Ich will da oben wieder zu dem... Zu dem Händler, bitte! Beim Händler ist immer ruhig. Und wenn man liest... So, hier ist aber nirgendwo mal was zum... Zum... Zum looten, ne? Ich will nichts vergessen. Okay. Können wir da runter, Ashley. Entschuldigung. Oh, voll daneben gefallen. Boah! War alles, ne? Okay, cool. Boah, ne! Puh! Leute! Da ist ein blauer Brief. Der wandelnde Tote. Mehrere Personen berichten davon, eine mysteriöse Leiche umher wandelnd gesehen zu haben. Etwa ein Zombie? Sicher das Ergebnis irgendeines verkommenen Experiments. Kann sie jemand von ihrem Elend befreien und ihr erbärmliches Dasein beenden? Die übermächtige Bedrohung beseitigen. Inkubationsstation. Okay. Das klingt... nicht nach was, was ich sehen möchte, begegnen möchte. Kann ich hier nochmal zurück? Tatsache, jetzt kann ich hier zurück. Okay, wollen wir nochmal zu einem Händler? Ich sollte Flinten-Munition herstellen. Ja. Aber wollen wir nochmal zum Händler darunter? Ich glaub nicht, oder? Nochmal schießen? Ne. Wir haben ja gesehen, wie gut wir das können mit dem Schießen. Oh ne, ey. Na gut. Jetzt kommen nochmal ein paar Wellen von Gegnern. Oh. Oh, tu diese blöde Waffe weg. Oh. Na dann. Hier ist nichts mehr, ne? Wir haben alles geholt. Okay. Komm hier rein. Und dann geht's los. Weißt du, ich... Ich finde, wir geben ein richtig gutes Team ab. Schätze schon. Oder? Wer weiß, vielleicht werde ich auch mal eine Agentin. Was sagst du? Wir könnten unser Land gemeinsam vor Gefahren beschützen. Nein, du meinst. Jedenfalls müssen wir dazu erstmal heil hier raus. Hm. Langweiler. Süß. Wenn du meinst. Das war aber auch doof von ihm. Sie hat jetzt schon echt viel mitgemacht. Sie müsste jetzt nur noch schießen können. Das wär ganz cool. Okay, es speichert. Jetzt sag mir nicht, dass hier schon wieder Regeneratoren kommen. Bitte. Wollen wir mal eben gucken, ob hier irgendwas ist. Wollen wir mal eben gucken, ob hier irgendwas ist. Ich hab da Blödengranate übersehen. Okay. Egal. Egal. Scheiße. Fuck. Oh Mann. Ob ich nochmal runterfahren kann? Oh, guck mal hier. Das hab ich aber nicht übersehen. Ich will mal eben schauen. Moment. Könnte ich nochmal runterfahren? Ich könnte nochmal runterfahren! Ich hol die eben. Ich hol die eben. Ich hol die jetzt. Kann ich nicht springen? Dann geht das schneller. Ich will diese Blendgranate, Leute. Es tut mir wirklich leid, aber... Das geht nicht. Nicht nach diesem Chaos da. Ich muss da runter und die Blendgranate holen. Ashley ist gut. Ich will da auch so schnell wie möglich runter. Kannst aufhören zu rennen. Alles gut. Okay. Wo soll die denn sein? Irgendwo hier in der Ecke. Okay. Okay, war der hier? Ah, da! Okay. Cool. Dann wieder nach oben! Ja, sorry. Deswegen mach ich auch so lange Folgen, Leute. Damit ich sowas machen kann. Guck mal, die Ashley. Kannst gar nicht erwarten. Alles gut, Ashley. Entspann dich. Erzähl mir noch irgendeine Geschichte von Agenten und so. Nein? Na gut. Sind sie jetzt auch schon da? So. Wir haben alles, ne? Gut. Das gefällt mir hier nicht. Mir gefällt's irgendwie nie, aber... Was hängt da? Kann man das lesen? Da kann man auf jeden Fall was lesen. Bernstein-Transport. Ich möchte betonen, wie wichtig die korrekte Handhabung beim Transport des Bernsteins aus dem Untergrund ist. Ach! Das ist der Bernstein, wo das Zeug drin ist. Das Plager-Zeug. Lassen Sie größte Sorgfalt und den gebotenen Respekt walten. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass der Schlaf des heiligen Leibes nicht gestört wird. Okay. Des heiligen Leibes. Bernstein-Lagerhaus. Zwischenziel. Schatz. Okay. Oh! Sieht das cool aus. Hm. Ja. Stimmt eigentlich. Sieht zwar cool aus, aber... Okay. Sieht zwar cool aus, aber... Irgendwas wird doch hier wieder passieren, ey. Habe ich hier nachgeladen und alles? Oh, nein, ich wollte zurück. Oh, Ashley, bitte. Oh, guck mal, gelbes Kraut. Na, wieder gerne ein rotes Kraut. Okay, bevor wir da gucken... Ist hier... Ah, da! Ist hier irgendwo ein... Mhm. Ein Schatz. Ob diese Rohkristalle dazugekommen sind, weil ich die Karte hab? Überlegene Spezies. Bericht. Geliebter Lord Saddler. Ich freue mich, gute Nachrichten überbringen zu dürfen. Die Produktion der überlegenen Plaga-Spezies hat offiziell begonnen. Oh Gott. Mit der wir bestimmt gleich Kontakt haben werden. Wenn alles nach Paaren verläuft, so versichere ich euch, werden wir unser Ziel erreichen. Der Plaga ist ein wirklich verblüffender Organismus. Er ist in jedem Wirbeltier lebensfähig, sei es ein Mensch, ein Hund oder eine Krähe. Kämpfen wir jetzt gegen Mutantenkrähen oder was? Es gibt auf der Welt keinen vergleichbaren Parasiten. Die überlegene Spezies beeindruckt besonders, denn sie kann sich an den Wirt assimilieren, ohne dabei dessen Gehirn zu schädigen. Niemand kann sich eurer Herrschaft widersetzen. Nein, im Gegenteil. Wer würde sich noch widersetzen wollen, wenn er einmal die Freude erleben durfte, die mit der Abwesenheit von freiem Willen einhergeht? Ich bin der lebende Beweis, wie unwissend ich doch einst war. In ein paar Tagen werde ich allen hochrangigen Forschern den Plager indizieren, indiziert haben und auch sie werden es erfahren. Wenn euer Plan vollständig in die Tat umgesetzt ist, wird die ganze Welt es erfahren. Annabelle Grazia Ecudero, leitende Forscherin. Das ist die Annabelle, von der wir gelesen haben. Die, die, wisst ihr, wo der eine Forscher geschrieben hat, die wurde zuerst geholt. Woher müssen wir jetzt gegen Annabelle kämpfen? Ich will nicht gegen irgendeine komische Supermutanten-Plagerfrau kämpfen. Warum ist das hier so groß und so komisch? Was passiert hier? Was wird hier passieren? Oh Gott. Warte mal, wo muss ich hin? Da. Okay. Na gut. Was ist hier noch? Ist hier noch was? Ne, hier komme ich her. Okay. Ich will nur alles vorher abgrasen. Nicht, dass wir das so wie eben haben und nur mal zurück müssen. Das sieht schon geil aus, ey. Vor allem, was so schön beleuchtet ist. Okay. Na dann. Okay. Hier. Guck mal, da sind die drin. Kniet nieder. Dies ist der heilige Lein. Unsere göttliche Vorsehung und bald ein unerschöpflicher Segen für alle. Las Plagas. Willkommen, meine Kinder. Ich bin Osmund Settler. Die Stimme unseres Herrn. Mir ist scheißegal, wer sie sind. Törichte Schafe. Warum verweigert ihr die Gnade? Nun, entsage deinem Leib. Gehorche. Gehorche der Stimme unseres Herrn. Nein. 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 Stopp. Nein. 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 Mein Kind, wehr dich nicht. Sehr gut. Sehr gut. Herr, vergib diesen gottlosen Sündern. Deine Buße wirst du von meinem getreuen Jünger ableisten. Komm, Kind. Du musst keine Angst haben. Übergib dein Leib. Und befreie dich von Angst. Deine Buße wirst. Ja. Sattler, du Bastard. Ashley hinterhergehen. Vor allem der Arsch hat ja Munition von uns verschwendet, ey. Was waren das denn für coole Frauen? Das sah ja voll krass aus, ey. Kämpfen wir jetzt schon gegen Sattler? Nee, oder? Guckt euch die mal an. Okay, krass. Ist hier irgendwas anderes? Okay, es ist nichts. Ach, das kommt noch, okay. Deprisa. 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 Sieht er mich? Ich hoffe nicht, er. Ich höre ein Ding. Pssst, du Schlaf. Okay. Wo ist das Ding? Das Problem ist, wenn ich das jetzt abschieße, hören die das da unten? Naja, die hören das ja hier auch nicht, ne? Da, oh, okay. Warten Sie. Okay, erst du. Oh, ich hab zwei Kugeln verbraucht. Naja, gut. Hat ihr das gehört? Haben die das gehört? Oh, ne schwere Granate. Ach, die ist direkt auch da unten drin. Sehr gut. Was zum Lesen, yay! Yay! Einrichtung von Verteidigungsanlagen. Verteidigungsanlagen. Wie gewünscht ist die Sanierung der Insel in vollem Gang. Um Eindringlinge abzuwehren, wurden Waffen und Verteidigungsanlagen installiert. Wenn sie fertig sind, wird die Insel eine einzige Festung sein. Wir werden uns mit diesen Mitteln nicht bis in alle Ewigkeit verteidigen können, aber bis zum Abschluss unseres Plans sollte es reichen. In jedem Fall bringen sie uns unserem Ziel von der Weltherrschaft ein ganzes Stück näher. Niemand wird unserer Macht etwas entgegenzusetzen haben. Jack Krauser. Okay. Oh, was ist das? Können wir... Ah, Schießpulver! Ich wollte gerade sagen, können wir eine Pfanne mitnehmen oder mit... Sehr lustig. In der Pfanne kämpfen. Echt? Hat der uns gesehen? Was soll das denn? Come on, Leute, bitte. Echt jetzt? Na gut. Kommen die auch von da? Hoffentlich nicht. Nur Schiss, dass die von der Seite aufkommen und ich das nicht mitkriege. Ja, brennt! Fackelt euch selbst ab. Von mir aus... Voll gut. Kommt noch einer? Was macht der da? Fackeln die sich weg? Sucht der mich abzuschießen? Komm hoch! So, verbrenn ihn da im eigenen Scheiß. So, ich gehe aber jetzt hier rum. Okay. Boah, ich habe mich gerade hier vor diesem Ding erschrocken, ey. Oh, guck mal. Ich glaube, wir brauchen wirklich keine Schlüssel mehr. Wir machen das alles jetzt immer nur noch so auf. MP-Munition. Toll. Was soll ich damit... Ich mag das nicht. Ich mag keine MP. Nutzen. Hier waren die, ne? Jo. Perfekt. Loot, 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 loot. Warum gibt es so viel Loot? Aber es gibt die ganze Zeit relativ viel Loot in diesem Game. Das ist schon sehr befriedigend, muss ich sagen. Irgendwo habe ich doch hier eben... Ah, nee, habe ich schon. Okay. Ich wollte gerade sagen, hier war doch ein Schatz, aber den hatte ich schon. Irgendwann muss doch noch diese komische untote Frau kommen. Ah. Wirklich viel Munition. Oh. Wundemarken. Akte zum Fall... Geschwärzt. Operationen, ja, wir. Oder, ja, ja, wir. Selbst unter den obersten Mitgliedern der US-Regierung haben nur wenige je von diesem Namen gehört. Und das ist auch nicht verwunderlich, denn die Operation wurde nicht öffentlich gemacht. Sie wurde durchgeführt und dann begraben. Der Grund? Sie war unmenschlich. Alles begann 2002, als eine kleine Einheit von US-Spezialkräften nach Südamerika entsandt wurden, um dort ein Gebiet zu inflatieren. Ihre Mission war es, die Drogenkartelle zu zerschlagen. Es dauerte mehrere Jahre, die Operation vorzubereiten und nur besonders befähigte Soldaten wurden dafür ausgewählt. Ich weiß nicht, ob die Mission ein Misserfolg war oder nicht, aber ich weiß, welches Schicksal diese besonders befähigten Soldaten an ihrem Ende erleiden mussten. Offenbar wurde, bis auf den befehlshabenden Offizier-Major, die gesamte Einheit ausgelöscht und nicht durch die Kartelle, sondern durch die USA. Es wäre sicher kein Problem gewesen, eine einzelne gestandene Einheit zu bergen. Ein einziger Helikopter hätte ausgereicht. Aber aus irgendeinem Grund reagierte das Militär nicht. Gerüchten zufolge war diese Entscheidung die Folge eines Machtkampfes in den obersten Reihen. Andere sagen, dass der damalige Präsident selbst habe eine entsprechende Anordnung gegeben. Aber wir werden die Wahrheit wohl nie erfahren, denn die ganze Angelegenheit wurde vertuscht. Einer Sache bin ich mir allerdings sicher. Die US-Regierung hat diese Leute sterben lassen. Mutige junge Menschen, die ihr Leben ihrem Land verschrieben hatten. Ich will dieses Verbrechen ans Licht bringen. Nicht, weil es meine Verantwortung als Journalist ist, sondern weil es meine Pflicht als Amerikaner ist. Fußnote 1. Bei Obigen handelt es sich um eine von einem amerikanischen Journalisten namens verfasste Manuskript bezüglich Operation Javier. Fußnote 2. Dieser Artikel wird nie veröffentlicht werden. Um den Journalisten wurde sich bereits gekümmert. Okay. Okay. Nun gut. Oh! Hä? I'm waiting. Das sind wir! Okay. Oh, nee. Krauser. Krauser. Wir werden gegen Krauser kämpfen. Okay. Ashley Graham's Entführung. Phase 1. Abfahrt mit der Zielperson vom Campus. Zielpersonen wie gewohnt bis zum Beginn von Phase 2 eskortieren. Im Fahrzeug sollten neben Barker drei weitere Personen sitzen. Abels Einheit fährt in einem separaten Fahrzeug hinterher. Fahrt die übliche Route. Phase 2. Probleme mit dem Motor vortäuschen und das Fahrzeug stoppen. Zielpersonen zu Abels Wagen führen. Phase 3. Abels Einheit weicht von der üblichen Route ab. Zielpersonen betäuben und fesseln. Zielpersonen in einem Container einschließen. Phase 4. Bakers Einheit sorgt für Ablenkung. Henrys Einheit hackt die Datenbank der Ermittlungsbehörde und legt ihr Netzwerk lahm. Phase 5. Treffen bei Punkt K9 und Transfer der Fracht auf das Schiff. Okay. Krass. Voll durchorganisiert hier. Aber gut. Ist ja auch Krauser, ne? Scheiße. Wie sieht es so aus hier mit unserer Munition? Okay. Nun gut. Okay. Look alive. Boah, ist das fies hier. Boah. Ich wusste, dass hier was an der Ecke ist. Ich kenn das Spiel. Langsam kenn ich dich. Hier ist auch was. Das Spiel ist gerade schon wieder viel zu nett. Das gefällt mir nicht. Boah. Ey, ich hab 50 Dingens. Boah. Ich könnte hier noch einen Gemisch machen. Inventar sieht nicht schlecht aus. Sollen wir noch irgendwas herstellen? Wir können alles herstellen. Von was haben wir denn nicht so viel? Wir haben richtig viel Pistolen-Muni. Das ist komisch. Magnem-Munition. Oder Flinten-Munition. Wir haben nicht genug für beides. Flinten-Munition? Die streut schön, ne? Aber wir können jetzt... Aber es sind nur zwei Stück, ne? Ach, mal sechs, mal drei. Also drei. Auch nicht viel. Trotzdem. Komm, wir machen Flinten-Munition. Ja. Boah, was kommt denn jetzt, ey? Hier ist auch nichts mehr, ne? Okay. Warum tust du dir nicht was Gutes? Hallo! Oh, hallo Händler. Ich bin froh, dich zu sehen. Hallo! Äh, okay. Hier geht's also so weiter. Ja, dann erst mal... Willkommen! Wollen wir irgendwas kaufen? Was kann ich für dich tun? Wir könnten unsere Sachen reparieren. Nenn mich ruhig pingeli. Aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung. Und sonst eigentlich nichts, oder? Ich weiß immer noch nicht, ob ich hier Schießpulver eintauschen soll. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Ach so, warte mal. Kann ich denn jetzt... Das kann ich auf jeden Fall verkaufen? Ach so, und den Rest habe ich auch schon weg. Ich habe gerade gar nichts, wo ich was einsetzen kann. Um jederzeit wieder. Willkommen! Warte mal. Wir könnten aber dafür... Wir könnten den jetzt holen hier. Soll ich den holen? Und den dann verkaufen? Dafür tunen. Sind eine feine Sache. Man kann damit heilen töten. Haha, gut hin. Ich mach das. Egal. Oh, dreieckige? Scheiße. Äh. Okay, es war nicht so ganz so klug. Scheiße. Soll ich noch irgendwas tunen? Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes... Nachladegeschwindigkeit wäre vielleicht gar nicht so schlecht, ey. Ich finde, das dauert alles immer viel zu lang. Die zum Beispiel. Guck mal, die ist so lahmarschig. Bist du beeindruckt? Haha. Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Ich komm jederzeit wieder. Oh, okay. Leute. Jetzt brauch ich erst mal ein Päuschen. Ich merk auch, ich hab ganz trockenen Mund, ey. Vom ganzen Vorlesen. Okay, wir sehen, was uns in der nächsten Folge erwartet. Also, bis dahin.